Wir haben ein Entree in die Stadt mit dem Fahrrad gebaut an der Augusta-Entlage entlang und zwar mit einem Fahrradweg direkt am parkenden Verkehr vorbei. Der parkende Verkehr wurde neu sortiert und geordnet und die Fahrradfahrer haben somit sehr sicheren Weg in die Stadt an den Kreuzungen vorbei an denen auch neue Ampeln entstanden sind speziell für die Fahrradfahrer und wir haben die Wege rot markiert so dass auch für die Autofahrer die Fahrradwege sehr gut sichtbar sind. Es ist einer unserer Lückenschlüsse aber ein ganz besonderer eben an der Haupteinfahrt nach Mannheim ganz prominent aber auch ganz wesentlich wenn man aus Heidelberg kommend oder aus Neuostheim in die Innenstadt mit dem Fahrrad möchte das geht jetzt sicher komfortabel aber es ist auch ein deutliches Zeichen für alle die sich hier bewegen dass Fahrradinfrastruktur in Mannheim eine große Bedeutung hat und eben auf den Hauptverkehrsachsen auch entsprechende Wege eingerichtet werden. Wir werden in der Phase nach der Buga Anfang 2024 bis zum Friedrichsring weiter bauen um den Radverkehr auch auf diesem Weg sicher abzugrenzen und für die Fahrradfahrer den Entree in die Stadt zu ermöglichen. Wir haben einen Radverkehrsanteil von derzeit etwa 20 Prozent und wollen deutlich über 25 Prozent kommen. Das ist gut möglich Mannheim ist sehr flach aber der Anteil ist erst zu steigern wenn die Wege sicher sind wenn man in allen Stadtteilen und von allen Stadtteilen sich gut mit dem Rad bewegen kann und dafür arbeiten natürlich viele in der Stadtverwaltung dass wir hier Stück für Stück vorankommen mit den Lückenschlüssen die es noch gibt. Du bist um die Wirkunde in den Land ganz einigen Zeitgeist zusammengefragt. Musik Musik Musik